Für das nächste Jahr, glaube ich, 50 Jahre ist der Hundz-Beneiner-Saxi-Stemmer. Unsere Stecken fährt sie an und eben so machen wir die nächste Nummer auch. Ein bisschen an Gedenken von unseren Kollegen. Und neben mir ist das wirklich mal bei unserer Wohnung auf der Geige. Und ja, geniesst es. 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 Und ja, geniesst es.